In meinem heutigen Video erfährst du, wie ich meinen Burnout erlebt hatte und warum ich anschließend die schönste Zeit meines Lebens erleben durfte. Hey, mein Name ist Matthias, ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie, Ergotherapeut und systemischer Berater und in diesem Video geht es darum, wie ich meinen Burnout erkannt hatte, wie es dazu gekommen war und was ich dagegen unternommen habe. Bevor wir jetzt aber in dieses Thema einsteigen, lasst uns doch gemeinsam erst einmal tief einatmen und wieder ganz entspannt ausatmen. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie ich damals meinen Burnout erlebt hatte. Es war im Jahr 2009 und zwar ist mir das Ganze kurz nach meiner Umschulung zum Ergotherapeuten passiert. Noch ein paar kurze Informationen vorweg. Ich habe vor meiner Umschulung, also damals direkt nach Beendigung meiner Schule, eine Ausbildung zu einem Offset-Drucker absolviert. Mir kam das Ganze damals nach der Schule sehr gelegen, da ich schon relativ früh mein eigenes Geld verdienen wollte und mir war es auch wichtig, eine eigene Wohnung und ein eigenes Auto zu besitzen. Ich habe damals meine Ausbildung in der Druckerei sehr genossen. Ich hatte echt witzige und tolle Arbeitskollegen und einen super Chef, mit dem ich auch privat etwas unternommen habe und auch in einer Band Musik mit ihm zusammen gemacht hatte. Nach der Ausbildung in dieser Druckerei habe ich noch ein paar Mal die Unternehmen gewechselt. Doch mit jedem Wechsel wurde ich immer unzufriedener, weil ich dann plötzlich auch erkennen musste, dass nicht in allen Unternehmen freundliche Chefs oder Kollegen tätig sind. Und irgendwie spitzten sich damals die Konflikte in den zwischenmenschlichen Beziehungen immer mehr zu und ich fühlte mich auch dadurch immer unwohler. Aus heutiger Sicht weiß ich natürlich, dass ich an den Konflikten auch selbst beteiligt war, denn ich habe mich zum einen damals in meinen jungen Jahren immer viel zu sehr über Dinge aufgeregt, die eigentlich Chefsache gewesen wären und zum anderen habe ich immer selber versucht, bestimmte Dinge in Unternehmen verändern zu wollen, was natürlich bei meinen Kollegen oder bei einigen Chefs auch nicht so wirklich so gut ankam. Allerdings habe ich auch Vorgesetzte erlebt, die einfach nur unverschämt waren und versucht hatten, mich zu manipulieren und mich auszunutzen. Als ich mir dieses allerdings dann nicht gefallen lassen hatte, kam es häufig zu heftigen Auseinandersetzungen, die dann auch mal vor dem Arbeitsgericht ausgetragen werden mussten. In den Prozessen habe ich dann aber zum Glück auch Recht und Zuspruch der Richter erfahren können. Im weiteren Verlauf kamen dann auch noch kleinere Wirtschaftskrisen hinzu, sodass ich dann auch in dem Beruf des Druckers nicht mehr arbeiten konnte. Dann bin ich zur Agentur für Arbeit gegangen und habe den Mitarbeitern dort erklärt, dass ich schon gerne arbeiten möchte, aber es in meiner Berufssparte ja im Moment nicht so gut aussehen. Daraufhin fragte mich eine Mitarbeiterin, ob ich eventuell Interesse an einer Umschulung zum Ergotherapeuten hätte. Damals konnte ich mit diesem Begriff überhaupt nichts anfangen, also habe ich mich dann diesbezüglich erst einmal belesen und fand diesen Beruf dann sehr interessant und ich bin noch bis heute sehr dankbar für diesen Vorschlag. Dann war ich erst einmal drei Jahre lang mit dieser Ausbildung beschäftigt und es war auch, ja, ich muss sagen, eigentlich das erste Mal in meinem Leben, dass mich etwas richtig interessiert hatte. Also insbesondere der schulische Part und auch gerade das Fach Anatomie. Und mir ist was bewusst geworden und an dieser Stelle möchte ich euch gerne den Hinweis geben, dass es eigentlich immer nur Sinn macht im Leben, das zu machen, wozu man so richtig Lust hat. Ich kann nur empfehlen, immer wieder in sich reinzuhören und zu schauen, welche Interessen und beruflichen Wünsche tief in einem verwurzelt sind. Ich war mir damals noch nicht bewusst darüber, dass in mir therapeutische Fähigkeiten stecken. Aber rückwirkend betrachtet, ja, habe ich schon immer gerne, ja, die Menschen beobachtet und mir lag schon immer viel daran, zwischenmenschliche Konflikte, ja, ich sag mal, auch lösen zu wollen. Ja, und so machte ich dann eine Ausbildung zum Ergotherapeuten. Ich war, wie gesagt, sehr erfreut darüber, weil ich vor allen Dingen auch gedacht hatte, dass man, ja, dass von nun an auch die zwischenmenschlichen Konflikte drastisch abnehmen würden, weil ich ja dann in einem Gesundheitsberuf arbeiten werde, in dem es ja darum geht, anderen Menschen zu helfen und sie auch zu unterstützen. Ihr seht schon, tja, dass ich an dieser Stelle ein bisschen schmunzeln oder auch lachen muss, denn entgegen meiner Vorstellung habe ich leider oft das Gegenteil davon erfahren müssen. So konnte ich zum Beispiel nach meiner Ausbildung von, ja, älteren Kollegen erfahren, dass man noch bis vor wenigen Jahren sehr schlecht mit psychisch kranken Menschen oder behinderten Menschen umgegangen war. Ich hörte davon, dass man behinderte Menschen in die Toiletten eingesperrt hatte, wenn sie nicht richtig gehört hatten oder dass man, ja, sie nicht richtig sauber gemacht hatte, nachdem sie sich zum Beispiel mal eingecotet hatten. Oder eine Kollegin erzählte mir sogar davon, dass man in einer Einrichtung psychisch kranke Menschen auch an einen Pfeiler in der Wohnstätte gefesselt hatte, wenn sie zum Beispiel zu laut oder zu ungehorsam waren. All dies war noch kurz vor meiner Zeit als Therapeut passiert und ich war mehr als entsetzt davon zu hören. Zum Glück habe ich so etwas bis heute auf meinen Arbeitsstellen nicht erleben müssen. Aber trotzdem gab es andere unschöne Thematiken bei meinen Kollegen oder auch Vorgesetzten, die ich als sehr unangenehm empfunden habe. So konnte ich zum Beispiel Krankenschwestern beobachten, ja, die sowohl das Personal als auch die zu pflegenden Personen tyrannisiert hatten. Ich habe ganz oft beobachten können, dass auch Macht seitens des Personals ausgeübt wurde, dass Patienten und Klienten nicht ernst genommen wurden und dass Mitarbeiter in Einrichtungen manchmal auch selber die gleichen Medikamente wie die dort lebenden Menschen eingenommen haben, nur um irgendwie dort arbeiten zu können. An dieser Stelle möchte ich nochmal deutlich anmerken, dass natürlich nicht alle Mitarbeiter, dass ich nicht alle Mitarbeiter über einen Kamm schere. Ja, doch leider war es nicht immer die Ausnahme, was ich alles so dort beobachten konnte. So, nun wisst ihr etwas mehr über meine Vorgeschichte und meinen beruflichen Werdegang. Und jetzt möchte ich endlich mal zu dem Thema Burnout kommen. Denn darum soll es ja schließlich in meinem heutigen Video gehen. Nach meiner Ausbildung zum Ergotherapeuten lag mir immer sehr viel daran, ein guter Therapeut zu sein, der seine Arbeit ernst nimmt und sie auch gewissenhaft durchführt. Doch wie ich es zu Beginn des Videos schon ansatzweise angesprochen habe, waren oft die Herausforderungen im zwischenmenschlichen Bereich mit meinen Kollegen und Vorgesetzten oft schwieriger als die therapeutische Arbeit an sich mit meinen Klienten. Beziehungsweise kamen die Konflikte, die auf Arbeitsstellen ausgetragen wurden, noch zusätzlich zu der allgemeinen Arbeit noch hinzu. Und das habe ich als äußerst anstrengend empfunden. Ich konnte es zu Beginn meiner Tätigkeit kaum nachvollziehen, dass es zumindest bei den Arbeitsstellen, die ich angenommen hatte, so schwierig war, seine Tätigkeit, also seine Haupttätigkeit nachzugehen, weil die Konflikte der einzelnen Mitarbeiter oft viel mehr Raum eingenommen hatten als die Konflikte, die ich mit meinen Klienten zu bewältigen hatte. Das Ganze mag jetzt für Außenstehende bestimmt ja vielleicht merkwürdig und auch befremdlich klingen. Jedoch habe ich es immer wieder auf bestimmten Arbeitsstellen so erlebt. Und zusätzlich zu diesen vielen Konflikten kam noch, dass man gerade als Berufsanfänger in einem therapeutischen Beruf nicht wirklich viel Geld verdienen kann. Anfänglich war es sogar so wenig Geld, dass ich schon nicht mehr wusste, wie ich meine Reparaturkosten für mein Auto begleichen soll, welches ich aber wiederum für Hausbesuche benötigt hatte. So kam also innerhalb kürzester Zeit immer mehr Frust zu dem Frust und bis ich morgens das Gefühl hatte, einfach nicht mehr aufstehen zu wollen. Ja, es ging einfach nicht mehr. In meinem Kopf waren nur noch die Gedanken, dass ich auf gar keinen Fall unter diesen Umständen und unter diesen Bedingungen weiter meiner Arbeit nachgehen möchte. Ja, ich hatte damals auf gar keinen Fall das Gefühl in mir, dass ich nicht mehr leben wollte. So schlimm war es nicht. Aber ich spürte auch, dass es so auf gar keinen Fall mehr weitergehen kann. Tja, und dann begann eigentlich die schönste Zeit meines Lebens. Ich bin nämlich dann zu einem Arzt gegangen, der mich dann erst mal krankgeschrieben hatte. Ich konnte in Ruhe mein Problem schildern und zum Glück erkannte mein Arzt auch, dass es mir zu diesem Zeitpunkt gerade echt schlecht ging. Ich wurde dann auf unbestimmte Zeit erst einmal arbeitsunfähig geschrieben und ja, da fiel schon plötzlich die meiste Last einfach so von mir ab. Ich sagte dann zu mir selbst, ja, was mache ich jetzt? Und ja, dass ich erst mal mein Leben voll und ganz genießen möchte, ohne Stress, ohne Zeitdruck, ohne den Druck ab Montag wieder einer 40-Stunden-Woche nachgehen zu müssen. Ja, doch dies gelang mir zunächst überhaupt gar nicht. Das Erste, was ich unbedingt machen wollte, war ein entspannter Spaziergang in einem schönen Wald. Also fuhr ich dann mit meinem Auto zum nächstgelegenen Wald und ging spazieren. Doch ich stellte fest, dass ich gar nicht mehr in der Lage war, diesen Spaziergang ansatzweise überhaupt genießen zu können. Völlig irre rannte ich in meinem mir bekannten Arbeitsmodus einfach so durch den Wald, ohne überhaupt einmal nach links und rechts zu schauen. Und nach einer halben Stunde war ich dann halt so fertig, dass ich gefrustet wieder nach Hause fahren musste und mich ausruhen musste. Ich war darüber nur noch wütend und traurig und habe dann erst einmal, also gefühlt drei Tage durchgeschlafen und mich ausgeruht. Und dann, nach diesen drei Tagen, wurde es dann aber schlagartig besser. Ich fühlte, wie nach und nach ja meine Energie in den Körper zurückkam und ich jeden Tag immer ein Stückchen glücklicher wurde. Ich fing wieder an, Musik zu machen und hatte auch endlich wieder Zeit, Bücher zu lesen und mich auch zum Beispiel mit geopolitischen Themen zu beschäftigen, was mich schon immer sehr interessierte. Ich aber nach der Arbeit nie wirklich Zeit und Energie hatte damals, mich damit zu beschäftigen. Ich war genau fünf Monate krankgeschrieben und habe in dieser Zeit so viel für mich und meine Seele getan, dass ich auch heute ja nur noch von dieser Zeit schwärmen und auch immer noch profitieren kann. Es war einfach genial und ich bin für diese fünf Monate immer noch so unglaublich dankbar. Aber wie das halt in dem Arbeitssystem in Deutschland so ist oder so war damals, muss man ja auch irgendwann wieder seiner Tätigkeit nachgehen, sobald es einem wieder besser geht. Und so rückten auch die Tage immer näher, an denen die Agentur für Arbeit mich wieder vermitteln wollte. Und so ging ich dann auch wieder irgendwann arbeiten. Anfänglich ging es auch wieder ganz gut, weil ich ja in der Zwischenzeit genügend Kraft tanken konnte. Doch ich merkte sehr schnell, dass ich ja in diesem Beruf irgendwie nicht glücklich werden konnte. Ich habe gemerkt, dass die meisten meiner Klienten sehr zufrieden mit mir und mit meiner Arbeit waren. Doch für mich stimmte das Gleichgewicht von Gehalt und meiner Arbeitsleistung überhaupt nicht. Und es machte mich sehr unzufrieden, weil ich ständig das Gefühl in mir trug, dass meine geleistete Wertigkeit in meiner Arbeit nicht mit dem übereinstimmt, was ich zurückbekomme. Das war total frustrierend für mich. Ich stellte mir damals immer wieder die Frage, warum manche Menschen in einem Bürojob fast das Doppelte verdienten als ich. Gar keine Frage. Diese Menschen haben auch harte Arbeit geleistet, aber ich habe das auch getan und ja, dazu noch mit dem höchsten Gut, nämlich mit Menschen gearbeitet. Doch das ist lediglich jetzt erstmal nur meine Sichtweise auf die Dinge. Zum Glück hatte ich damals eine Dame in meiner alten Heimatstadt kennengelernt, die nach Leipzig gezogen war und mich mitgenommen hatte. Zum einen konnte ich feststellen, dass tatsächlich die Menschen im Osten von Deutschland noch viel freundlicher miteinander umgehen. Und zum anderen hatte ich das wahnsinnige Glück, endlich eine Arbeitsstelle finden zu können, auf der ich mich zum ersten Mal selbst verwirklichen konnte. Und da diese Arbeitsstelle zum öffentlichen Dienst gehörte, stimmte auch zum ersten Mal das Gehalt so richtig. Tja, und was soll ich sagen? So habe ich auch oder deshalb habe ich auch elf wunderbare Jahre auf dieser Arbeitsstelle verbringen können und hatte auch nie wieder auch nur im Ansatz das Gefühl, einen Burnout bekommen zu können. Und jetzt gegen Ende dieses Videos möchte ich euch natürlich noch einmal zusammenfassend sagen, was ich aus meiner Lebensgeschichte lernen konnte, beziehungsweise was ich euch vielleicht dadurch empfehlen kann, wenn ihr in einer ähnlichen Lebenssituation steckt. Also, grundsätzlich kann ich vorneweg immer nur empfehlen, dass das Leben einem immer genügend Zeichen sendet, wenn man etwas in seinem Leben verändern sollte. Warnsignale sind ganz oft eben depressive Phasen oder eben auch ein Burnout. Ganz egal, in welcher Situation man steckt, ob man alleine ist, ob man in einer Ehe ist, ob man eine Familie hat, und man sollte immer auf seinen Körper hören. Auch wenn der Verstand oft sagt, dass man am besten alles so belassen sollte, wie es ist. Dass man bloß die Arbeitsstelle nicht kündigen sollte und, und, und. Ich kann euch immer wieder nur ermutigen und sagen, solange nach einer Möglichkeit zu suchen, bis ihr endlich glücklich werdet. Denn was nützt es einer Familie, wenn ein Elternteil dauernd unzufrieden ist? Was nützt es der Liebesbeziehung, wenn ein Teil ständig traurig und müde ist? Was nutzt es dir selber, wenn du andauernd unzufrieden bist? Höre auf deine Gefühle. Höre unbedingt auf dein Bauchgefühl. Denn das liegt in der Regel immer richtig. Und als Empfehlung kann ich nur aussprechen, Suche immer weiter nach Dingen, die dir in deinem Leben Spaß machen, die dich erfüllen. Suche am besten nach Möglichkeiten, deine Hobbys, deine Veranlagungen zum Beruf zu machen. Nutze alle Möglichkeiten. Oftmals ist man viel zu verkopft, wenn man in einem Burnout steckt. Schaue, dass du so schnell wie möglich das Umfeld verlässt, welches dir nicht gut tut. Oftmals ist die Angst vor etwas Neuem viel größer und man bleibt genau deswegen lieber in den alten Strukturen. Oftmals denkt man, dass neue Dinge noch schlechter sind als die alten Dinge. Es kann kurzfristig gedacht sogar stimmen. Doch wenn man zum Beispiel eine Umschulung absolviert, kann es natürlich sein, dass man erst einmal noch weniger Geld zur Verfügung hat. Doch gerade hier muss man viel weiter in die Zukunft schauen. Ich muss schauen, welche zusätzlichen Möglichkeiten ich in dem neuen Job vielleicht habe. Wie weit ich vielleicht mit zusätzlichen Ausbildungen aufsteigen kann. Oder vielleicht fange ich sogar an, mich damit selbstständig zu machen und bin dann endlich mein eigener Chef, obwohl ich früher niemals über diese Option nachgedacht hatte. Meine wichtigste Empfehlung ist, wenn es dir gerade richtig schlecht geht in deinem Leben und es ist ganz egal, ob dein Thema gerade ein mieser Job ist, eine miese Liebesbeziehung oder familiäre Umstimmigkeiten, ganz egal. Suche nach einer Möglichkeit, in der du am besten für eine längere Zeit, ein paar Wochen, ein paar Monate dir eine Auszeit nehmen kannst. Am besten ganz alleine für dich. Erhole dich von all dem Stress, den du hast und horche ganz tief in dich hinein. Versuche herauszufinden, was genau deine Leidenschaft ist, für die du schon immer gebrannt hast und immer noch brennst. Und dann finde Wege, diese Leidenschaft umzusetzen. Manifestiere dir am besten schon dein Wunschleben in deinen Gedanken. Fühle, lebe und handel am besten schon so, als hättest du schon alles erreicht, was du haben möchtest. Hole dir Unterstützung. Wenn du möchtest, spreche mit Therapeuten, mit Coaches, mit Berufsberatern, mit guten Freunden. Ganz egal, schau dir YouTube-Videos zu deinem Thema an, falls es Videos dazu gibt. Es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten. Aber verliere niemals deinen Weg aus deinen Augen. Du musst immer wieder dranbleiben. Auch wenn du aktuell immer noch genervt von deinem aktuellen Leben bist. Wenn du immer noch frustriert bist. Ganz egal. Mache das, was du schon immer machen wolltest und lasse dich keinen Tag mehr davon abbringen. Gerade in unserer heutigen Zeit gibt es so viele Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen. Auch für dich wird ein Weg dabei sein. Du darfst nur eines nicht mehr tun. Du darfst nie wieder von deinem Weg abkommen. Das ist alles. Gehe immer nur deinen Weg, der für dein Leben, der für dich vorgesehen ist. Du wirst es auf jeden Fall spüren, sobald du auf deinem richtigen Weg bist. So, ich hoffe, dass dich dieses Video ein bisschen inspirieren konnte. Schreibt doch gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr auch schon mal einen Burnout hattet und wie ihr da rausgekommen seid. Oder seid ihr vielleicht auch gerade in einer Phase, in der es euch nicht so gut geht. Schreibt auch das gerne mal unten in die Kommentare. Vielleicht können wir uns hier gegenseitig unterstützen und aufbauen. Und jetzt habt ihr noch ein bisschen Zeit zum Entspannen und das Thema noch ein bisschen sacken zu lassen. Wenn euch dieses Video gefallen hat oder auch nicht, dann gebt mir doch einfach für meine Arbeit einen Daumen nach oben oder abonniert am besten auch gleich meinen Kanal. Wir sehen uns wieder und das wird wie immer richtig gut. Bis bald, sagt euer Therapeut on Tour. und das wird wie immer richtig gut. Oder das ist ein bisschen oder das wird wie immer richtig gut. Und das wird auch noch ein bisschen Musik 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 Musik